Hallo und willkommen zum nächsten Video am Samstag. Ihr kennt den Kandidaten hier schon, das ist mein TS850, mein unglaublich treues, treues, nettes, schönes Amateurfunkgerät. Da gibt es ja schon zwei Folgen, wo ich da so ein paar Dinge repariere an dem Teil. Und netterweise hat mir jemand ein Kommentar geschrieben, in dem drin steht, ja, guck doch auch mal auf die eine Platine, da kann es sein, dass die Kondensatoren auslaufen, die müsste man vielleicht tauschen. Na ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Wie man hier sehen kann, die Kondensatoren sind ausgelaufen, also werden wir uns jetzt das Teil mal genauer angucken. Ich habe den jetzt schon aufgeschraubt, ihr habt ihn in anderen Videos gesehen, wie man das Ding aufschraubt, das mache ich nicht nochmal. Die Platine befindet sich auf der linken Seite vom Funkgerät hier drin, kann man glaube ich so ein bisschen erkennen. Und die hat hier einen Haufen Stecker dran, so HF-Zeug so ein bisschen, das stecken wir mal aus. Ich hoffe, dass ich das dann wieder irgendwie richtig eingesteckt kriege. Ich habe ein Foto gemacht vorher. Ihr könnt es im Video nachgucken, ihr habt den großen Vorteil. So, und dann hat man quasi hier diese Platine. Und da sind Kondensatoren drauf. Es sind zum Glück nicht viele Kondensatoren, also es sind viele Kondensatoren drauf, aber zum Glück nicht viele verschiedene. Es sind in Summe zwei verschiedene Typen drauf, die habe ich mir beide mal hier bestellt. Und zwar kann man das hier relativ gut sehen, es sind hier ganz viele so kleine Kondensatoren drauf. Die kleinen haben für das Protokoll 10 Mikrofarad, das sind kleine Elkos mit 10 Mikrofarad, Durchmesser 4 und Höhe 5,3 in dem Fall. Und dieser eine große hier, den man hier noch erkennen kann, das ist ein Kondensator, den habe ich auch mit bestellt. 47 Mikrofarad, 25 Volt, Durchmesser 6,3 hat der. Müsste ungefähr hinkommen. Hoffe ich mal, dass ich es hier richtig bestellt habe. Man kann hier relativ gut erkennen, die Dinger sind echt extrem ausgelaufen und ich denke mal, ich werde die Platinen auch noch gleich gut mit Leiterplattenreiniger behandeln und auch wichtig die Leiterbanden nachmessen, ob die auch noch Kontakt haben, weil sonst haben wir eh ein Problem und müssen auch noch mehr nachlöten. Wir bauen aber jetzt zuerst mal die Kondensatoren alle aus und ich mache das aber Stück für Stück, denn ich habe Angst, dass ich sonst schlicht und ergreifend vergesse, welche Polarität welcher Kondensator hat. Elkos in SMD gehören so meiner Meinung nach zu den schlimmsten Dingen, die man überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise löten kann, denn, wie viele sind denn drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Stück sind drauf, denn das kann man hier relativ gut erkennen, die haben hier unten dieses schwarze Teil, das ist quasi so ein Isolierabstand, damit man nicht irgendwie einen Kutzluss mit dem Blechgehäuse, mit der Wanne hier kriegt, mit der Kappe und dieser Kunststoffteil, der schmilzt halt instant, also wenn man da irgendwie nur ansatzweise in die Nähe kommt, schmilzt das sofort auf. Ich habe hier den großen Vorteil, dass ich dank Ersa hier so eine Lötpinzette habe und ich denke mal, ich werde es mit der Lötpinzette versuchen irgendwie hinzukriegen, dass ich die runterkriege, ohne dass gleich alles schmilzt, in Kombination mit meiner, ich bin ja Meister der Kameras, laut James Knopf, also ich werde es versuchen hier auch irgendwie so zu filmen, dass man das mit der Logitech, klick, eventuell auch sehen kann, was ich hier mache, weil mir fehlt irgendwie, ein Finger fehlt mir dafür, aber ich kann die Pinzette zum Glück umstellen, auf drücken, damit sie aufgeht, dann könnte es eventuell klappen, wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Ich schneide das Video ja wieder nicht, damit es wieder schön umgeschnitten wird, es zischt auf jeden Fall schon mal, boah, das stinkt elendiglich, oh mein Gott, oh mein Gott, stinkt das, also wer auch immer das macht, bei euch macht es das draußen. Also die Kondensatoren sind definitiv ausgelaufen, denn es riecht unglaublich eklig nach Elektrolytflüssigkeit, ich merke mir Kathode weg von mir, puh, das stinkt, boah, die drei haben alle Kathode weg von mir, boah, stinkt das. Also wer schon mal Kondensatoren gesprengt hat, der weiß ungefähr, wovon ich rede, wie das ungefähr stinkt, oh Gott, puh, die drei, und ich versuche jetzt mal das mit dem hier runter zu, es geht nicht sonderlich gut, muss ich sagen, es geht mit der Lötpinzette nicht sonderlich gut, ich probiere es also doch mit dem Standardlötkolben, dann haben wir auch gleiche Verhältnisse, weil ich glaube nicht, dass großartig viele von euch so eine Lötpinzette haben. Mit dem Standardlötkolben kann man das Ganze so machen, dass man quasi ein Pad aufschmilzt auf der Seite und dann zum Beispiel mit der Pinzette den Kondensator einfach abbiegt und dann das andere Pad von der anderen Seite anschmilzt und dann hat man relativ schnell abgelötet, ich sehe halt leider nichts, wo ich bin, weil ich da diese große Kamera im Weg habe, aber so quasi eine Seite auflöten, mit der Pinzette anheben, boah, das stinkt, und dann die andere Seite ablöten. Warum stinkt das eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Video erklärt habe. Also Elektrolytkondensatoren, man sieht da auch, dass die Leiterplatte schon eher ein bisschen angeschlagen ist. Elektrolytkondensatoren haben ja eben Elektrolyt drin, das heißt, man hat zwei Kondensatorplatten und dazwischen ist ein elektrolytgetränktes Papier und wenn die alt werden, die Kondensatoren, so wie die jetzt in dem Fall halt sind, kann es schon mal passieren, dass diese Elektrolytflüssigkeit einfach ausläuft und das ist eher so ein bisschen Chemie oder eher so ein bisschen bläh und es stinkt echt elendiglich. Also sprengt mal Elektrolytkondensator, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich mache es jetzt doch anders, ich mache jetzt doch das Ganze so, dass ich mir einen Zettel nehme, naja, quasi ungeschnitten. Ich nehme mir einen Zettel und male mir die Kondensatoren auf, die drauf sind. Und also es steht sogar auf der Platine drauf, aber ich male es trotzdem hin. Sicher ist sicher, denn vielleicht ist irgendwo auch der Bestückdruck von der Kondensatorflüssigkeit abgegangen, will ich kein Risiko eingehen. Denn ich habe jetzt mir überlegt, ich mache doch alle ab und reinige erst mal das Ding grundlegend mit Leiterplattenreiniger, denn so wie das stinkt, fehlt es echt weit. Also man kann sich jetzt hier schon mal angucken, ich kann das ja mit der, ähm, zeige ich das jetzt mal schnell mit der Kamera. Es gibt natürlich so ein paar kleine Problemchen, jetzt hier zum Beispiel ging das Pad mit ab. Also das Kupfer ist natürlich gut angegriffen, da hinten glaube ich auch. Das Kupfer ist natürlich gut angegriffen von der doch sehr ätzenden Flüssigkeit von den Kondensatoren, die ausgelaufen ist. Und ich haue jetzt da mal großflächig, haue ich da jetzt mal Leiterplattenreiniger drauf. Und gehe auch mal ganz lieblos mit der Messingbürste drüber. Die muss das abkönnen, die Platine, sage ich jetzt mal so. Und das Ganze ist natürlich so, dass wir jetzt mit Anlöten wieder Probleme kriegen. Das zeige ich euch dann gleich. Wenn nämlich die Pads weg sind, heißt das Ganze, dass natürlich wir ein bisschen pushen müssen, oder halt, optimiert arbeiten müssen. Wir müssen quasi, boah, die Platine sieht aus, da haben sie am falschen Ende gespart, die Kenwood-Leute. Also wir müssen quasi irgendwie gucken, dass wir ein Kupferlack, ein Kupferlackdraht einziehen, oder irgendwie die Isolierung abgekratzt kriegen, den Lötstopplack abgekratzt kriegen, und dann dort entsprechend eben die Beinchen vom Kondensator anlöten können. Aber ansonsten sieht es ja eh schon mal gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. Also im Übrigen, falls das Video über 10 Minuten lang wird, ich habe jetzt neulich immer wieder gelesen, dass die Leute sich aufregen, wenn die Videos gerade so über 10 Minuten lang sind, weil man dann Werbung schalten kann und so, ich bin da keiner, ne? Also ich schalte anfangs, glaube ich, Werbung, und zwischendrin schalte ich aber keine Werbung, weil es mich einfach nicht interessiert. Ich glaube, ich schalte auch anfangs nicht immer Werbung, ich habe, glaube ich, nur die Werbung auf der Seite von dem. Man müsste da bei mir keine Angst haben. Und jetzt, wo die Platine sauber ist, kann man auch erkennen, dass eigentlich die Leiterbahnen hier, wo das ausgelaufen ist, wo die ätzende Flüssigkeit vom Elektrolyt, also die wirklich sehr attackierende Leiterplatten, zerstörende Elektrolytflüssigkeit war, kann man eigentlich gut erkennen, dass da nicht wirklich was kaputt ist. Das heißt, ich bin jetzt hier bei mir zuversichtlich, dass ich das einfach, die Kondensatoren wieder einbaue und das dann funktioniert soweit. Wenn es bei euch natürlich so aussieht, als würde es irgendwie entsprechend komisch sein, also so Kategorie, oh, ich bin mir unsicher. Nehmt lieber noch einen Multimeter zur Hand, geht auf Durchgangsprüfung und schaut euch die Leiterbahnen einfach an. Ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass dies jetzt großartiger Aufwand wäre, da einmal von der einen Seite zur anderen durchzumessen, ob da Verbindungen da sind oder nicht. Einfach die Leiterbahnen folgen und dann hier entsprechen und hier entsprechend. Entsprechend einfach die Verbindungen herausmessen. Ich habe es jetzt hier bei zwei, drei gemacht, kratzen, schauen, ob es klappt. Aber ansonsten, wenn ihr unsicher seid, messt es lieber durch. Ich bin mir jetzt hier eigentlich sicher, dass es klappt, von dem her, das Ganze hier ist verbleit gelötet, weil das Ding ist so alt, da gab es noch kein Blei frei, also löte ich auch verbleit weiter. Ich verzinde dann quasi die Pads nochmal alle anständig, damit die richtig schön Lützchen drauf ist. In dem Zug kann man auch nochmal gucken, ob die Verbindung da ist, ob die Pads vielleicht abgegangen sind. Wie gesagt, ich habe da ein, zwei Stellen gerade gesehen, wo auf jeden Fall die Pads weg sind. Ich kriege noch die Kamera dazu, damit ihr noch mehr seht und ich weniger sehe. Also hier wäre so ein kritisches Pad, aber das hängt glaube ich noch. Das hängt auch auf jeden Fall noch. Man muss einfach mal gucken. Da ist auch wieder die Geschichte am besten, einfach mal mit dem Multimeter nochmal drüber gehen, wenn man sich an irgendeiner Stelle unsicher ist. Hier ist das Pad auf jeden Fall weg. Das heißt, ich kratze jetzt hier lieblos mit einem Lötkolben, wenn ich es hinkriege. Ne, kriege ich nicht hin. Ich kratze hier dann gleich mit einer Pinzette oder mit einem kleinen Messer den Lötstopplack weg. Und hier haben wir auch das Problem. Hier ist auch das Pad weg. Hier haben wir es noch drauf. Da kratze ich seitlich was weg. Da haben wir sogar seitlich noch ein kleines Pad dran. Da habe ich noch Glück. Das kriege ich glaube ich so hin. Und beim unteren kratze ich gleich noch ein bisschen weg. Und dann kann man da auch entsprechend gut das Ganze hinkriegen. Hier ist es auch grenzwertig. Hier würde ich auch einfach ein bisschen weiter großflächig ausholen. Aber die Verbindung müsste da sein. Jetzt auf jeden Fall. Ist keine schöne Arbeit. So wie wir in so einem Fall wie das hier ist keine schöne Arbeit. Das muss ich gestehen. Das macht man nicht wirklich gern. Aber es nützt halt nichts. Wenn das Ding kaputt ist, ist es kaputt. Also muss repariert werden. Und das Ganze anlöten geht relativ einfach. Man lötet wieder eine Seite. Drückt das Ding runter. Ich würde nicht die beste Lötspitze nehmen, die ich habe, weil man kommt relativ leicht ans Kunststoff, wie gesagt, von diesen Kondensatoren. Und wenn man da eine gute Lötspitze hat, dann ärgert man sich. Nicht, wenn die kaputt geht. Also lieber was günstigeres nehmen. Und jetzt nicht so, wie ich gerade meine teure Ersa-Lötspitze. Vielleicht so ein Fall für den 5 Euro China-Lötkolben. So, und hier noch die Seite verlöten. Also so würde ich es machen. An der Stelle im Zweifel noch ein bisschen Lötzin dazu packen, wenn es so wie hier gerade ein bisschen kritisch aussieht. Und falls es gar nicht funktioniert, natürlich auch Flussmittel. Sind wir natürlich auch immer dabei. Flussmittel ist auch wichtig. Keine Ahnung, wo mein Stift gerade liegt. Aber Flussmittel wäre auch nochmal so eine Geschichte. Kann man nehmen. Ich zeige es euch jetzt mal schnell, wie ich das jetzt hier mache. Da habe ich ja nämlich das eine Pad kaputt gekriegt oder halt wurde durch die Elektrolytflüssigkeit zerstört. Da lötte ich jetzt auf jeden Fall erstmal die eine Seite hier an. Und die zweite Seite haben wir jetzt das Problem, man sieht das in der Kamera einigermaßen, da fehlt einfach das Pad drunter. Da habe ich jetzt schlicht und ergreifend Pech. Da nehme ich aber, wo war ich, wo war, wuh, Gott, das ist das Kabel, so, pff, löt gleich in das USB-Kabel hier rein. Da nehme ich jetzt quasi ein kleines Messer und kratze hier ein bisschen den Lötstopplack weg. Dann kann man nämlich drunter schön aufs Kupfer löten. Gerade so blankes Kupfer ist natürlich zu empfehlen, dann mit Flussmittelstift zu arbeiten. Ich habe ihn aber nicht. Ich habe meinen Flussmittelstift einfach verloren. Ja. Weg. Habe ich Pech gehabt. Also da muss man einfach mehr Lötze nehmen und dann löte ich quasi hier einen großen Klecks direkt aufs Kupfer drauf, dass das hier eine Verbindung hat und löte dann rüber zum Beinchen vom Kondensator. Bisschen tricky hier die ganze Geschichte, aber so, ich glaube man kann es in der Kamera gut erkennen. Einfach, dass man diese Masseverbindung, in dem Fall war es zum Glück eine Masseverbindung, dass man die entsprechend dann mit dem Ganzen verbinden kann. Wenn es natürlich jetzt irgendwie eine Leiterbahn ist, die man verbinden muss, dann muss man sich irgendwie mit einem Fädeldraht oder mit einem Stück Kupfer helfen, aber ansonsten wäre das so die Waffe der Wahl. Ja, ich glaube nicht, dass ihr mir jetzt zugucken wollt, wenn ich die ganzen Dinge hier tausche. Ich habe grob eine Vorstellung, was das Problem sein könnte bei der Platine. Ihr habt jetzt grob eine Idee, wie man es reparieren kann, hoffe ich mal zumindest. Die Werte, wie gesagt, schreibe ich euch auch noch mal in der Beschreibung unten rein, damit ihr seht, wie was ihr da bestellen müsst. Vielleicht packe ich auch noch einen Link zu TME, da wo ich immer alles bestelle rein, weil die eigentlich ganz, ganz flott und top sind. Und dann könnt ihr das selber ganz einfach tauschen, also ein bisschen Geschick, ein bisschen SMD. Es sind jetzt keine ultra kleinen SMD-Teile, wo man Angst davor haben muss. Von dem her kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute. Wir sehen uns dann nächsten Samstag oder Dienstag beim Stream. Ciao. Vielen Dank.